Heute bei Fit at Home lockern wir unsere Nackenmuskulatur. Setzt euch dazu aufrecht auf einen Stuhl und lasst die Hände locker auf den Oberschenkel liegen. Macht nun euren Rücken rund und zieht die Schultern nach oben, als ob ihr eure Ohrläppchen damit berühren wolltet. Nehmt den Kopf nun leicht zurück und haltet diese Position für etwa 10 Sekunden. Alternativ könnt ihr nach den 10 Sekunden eure Schultern und den Kopf auch sinken lassen und das Kinn bis an die Brust drücken. Versucht nun, ohne das Kinn von der Brust zu nehmen, euer rechtes Ohr auf die rechte Schulter zu legen. Danach wiederholt ihr die Bewegung mit dem linken Ohr. Ihr werdet eine gute Dehnung im Nackenreich spüren. Achtet also darauf, dass ihr nicht zu doll den Kopf bewegt oder es zu unangenehm wird. Diese Übung könnt ihr ein weiteres Mal wiederholen. Viel Spaß bei Fit at Home!